. Frühschicht mit Ursula Betinski auf der unfallchirurgischen Station. So, grüß Gott. 22 Patienten warten darauf, versorgt zu werden. Gut, das ist alles in Ordnung. Was heißt das? 125 zu 70. 80. Optimal. Gut, wenn irgendwas sein sollte, dann bitte. Es geht Schlag auf Schlag. Viele ihrer Patienten brauchen aufwendige Pflege. Aber nicht mehr viel. Nee. So, da war Kaffee drin, das nehme ich dann mal mit. Dann kann man das schon spülen. Ja, gut, denke ich. In manchen Situationen, da hat man wirklich das Gefühl, man ist ein Oktopus und an jedem Arm reißt einer. Wie konnte es so weit kommen? Oft sind die Pflegekräfte am Limit. Und das hat Konsequenzen. Station 2b im Krankenhaus Bietigheim bei Stuttgart. Ursula Betinski und ihre Kollegin Beata Guerra haben heute gemeinsam Dienst. Sie verschaffen sich einen ersten Überblick über die 22 Patienten. Wer braucht was, wer ist neu und wer ist frisch operiert? Wie ist das zu schaffen? Sonst kriege ich die nämlich heute mal nix. Ursula und Beata sind erfahrene Pflegefachkräfte auf der Unfallchirurgie. Wir dürfen sie mit der Kamera begleiten und wollen herausfinden, was für Folgen der Zeitdruck für Pflegekräfte und letztendlich für die Patienten hat. Beata übernimmt heute, begleitet von Praktikantin Biljana, die Versorgung von zwölf Patienten. Morgenpflege, Wunden verbinden, mobilisieren, Medikamente verteilen, Temperatur- und Blutdruck messen. Sie können auch jetzt weiterlaufen, wissen Sie, das gucke ich bestimmt. Ist auch gut, aber weh nix selbst. Ich weiß bloß, dass es dann drei wehtut. Tut es Ihnen weh? Der 82-jährige Patient Max Hassler ist zu Hause gestürzt und musste operiert werden. Die Arbeit mit den Menschen macht mir sehr viel Spaß. Die Vielseitigkeit im Krankenhaus. Ich bringe Ihnen so Wundplatte drauf. Damals, als ich angefangen habe, wir waren auch viel mehr Personal eingesetzt. Wir konnten uns dann so richtig mit Patienten beschäftigen, auch manchmal ein bisschen mit dem Patienten reden, nicht nur schnell, schnell bearbeiten und dann weiter. Beata hätte gerne mehr Zeit für den einzelnen Patienten. Morgen. Guten Morgen. Sie haben gestern operiert, oder, Frau Gabriela? Ja, gestern. Und die Schmerzen sind soweit okay? Ja, muss ich immer wieder Tabletten nehmen. Aber Sie haben, glaube ich, da auch genügend? Ja, habe ich. Drei Stück. Also, wenn Sie nicht aushalten, Sie dürfen immer von diesen drei Tabletten eine einfach vorher schon einnehmen, wissen Sie? Also, dann bis später, gell? Ja. Gut. Gut. Manchmal vergisst man viele Sachen, weil durch das Rennen von einem Zimmer in das andere, weiß man in zwei Zimmer nicht mehr, was man machen wollte. Pflegerin Ursula versorgt die anderen zehn Patienten. Praktikant Claudio hilft ihr, sonst wäre die Arbeit nicht zu schaffen. So, guten Morgen nochmal. So, Sie dürfen ja heute nach Hause. Ja, darf heute noch rein. Dann haben Sie den Vortritt und dürfen ins Bad. So. Auch diese Patientin, Marianne Christ aus Bietigheim, ist gestürzt. Zwei Mal musste sie an der Schulter operiert werden. Für vieles braucht sie nun Hilfe. Und dann nur so ein einfaches Bein. Machen wir einen kleinen Schwänzler, ja. Ursula hat als eine der Dienstältesten auf Station die Entwicklungen der letzten drei Jahrzehnte miterlebt. Patienten bleiben heute deutlich kürzer im Krankenhaus. Doch viele Neuzugänge und Entlassungen bedeuten auch mehr Arbeit. Man kann einfach immer nur versuchen, alles so gut wie möglich zu machen. Zu schaffen ist es nicht immer. Und es ist das Traurige, dass diese Situationen einfach immer mehr werden. Wenn man wirklich das Gefühl hat, habe ich alles gemacht, wir haben nicht irgendwas vergessen, verwechselt oder so. Die Belastung spüren auch die Patienten. Ich möchte nichts übertreiben. Sie geben es ja alle Mühe, aber die haben so viel Stress. Die haben manchen Tag einen Zulauf. Die müssen sogar Leute von daheim, die frei haben, müssen anrücken, müssen kommen. Weil sie nicht mehr arbeiten können. Das ist ganz schlimm. Also ich muss jetzt sagen, was die leisten müssen hier, ist ja Wahnsinn. Da sind manchmal Tage drunter. Da können die gar nichts fragen, weil die keine Zeit haben. Und meine Tochter hat gesagt, Mama, hast du gefragt? Und dann sage ich, Mensch, du nervst mich, habe ich gesagt zu meiner Tochter. Sag ich, die haben keine Zeit. Guten Tag. Marianne Christ wird eine Woche nach ihrer Operation entlassen. Kurze Verweildauer der Patienten im Krankenhaus ist das eine. Das andere ist ein seit Jahren stattfindender Stellenabbau bei den Pflegekräften. Deshalb versorgt heute eine Pflegefachkraft in Deutschland durchschnittlich 13 Patienten. Das sind deutlich mehr als in den meisten anderen westlichen Ländern. In der Schweiz kommen 7,9 Patienten auf eine Pflegefachkraft, in den Niederlanden 7 und in den USA sind es 5,3 Patienten, die eine Pflegefachkraft zu betreuen hat. Beata macht schnell auch noch das Bett der Patientin, die gerade im Bad ist. Möchten Sie am Tisch frühstücken oder am Bett? Schlechte Arbeitsbedingungen in der Krankenhauspflege haben Konsequenzen. Da entscheiden sich viele für einen anderen Beruf. Eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit sagt, dass Mitte 2018 insgesamt 11.000 Fachkräftestellen und 1.500 Helferjobs ausgeschrieben, aber nicht besetzt waren. Die Gewerkschaft Verdi geht nach einer Umfrage davon aus, dass es sogar rund 80.000 Pflegekräfte mehr geben müsste, um gute Pflege leisten zu können. Für mich steht Dilemma, dass die Leute nicht richtig versorgt sind. Dass sie nicht die Pflege kriegen, die sie verdient haben, sage ich so. Man muss einfach die wichtige Arbeit zuerst machen und dann Rest bleibt einfach auf der Strecke liegen. Wenn Pflege auf der Strecke bleibt, leiden am Ende die Patienten. Und das kann jedem von uns passieren. In Hameln treffen wir Volker Bertram und seine Frau Magitta. Der 74-jährige Rentner kann kaum gehen und leidet unter ständigen Schmerzen. 2015 kam er mit einer Lungenentzündung in eine Klinik. Die Erkrankung wurde zwar geheilt, doch am Steißbein entwickelte sich ein schlimmes Druckgeschwür, Dekubitus genannt. Ende 60 wollte ich an und für sich keinen Rollator benutzen. Ich war vorher so fit und alles Mögliche. Und dass ich dann auf so ein Ding angewiesen bin, damit ich richtig laufen kann, oder wollen wir mal sagen, einigermaßen laufen kann, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Früher darf ich gar nicht denken, dass es mir mal so geht, hätte ich nie gedacht. Aber was soll man machen? Vor seinem Klinikaufenthalt ging es Volker Bertram gesundheitlich gut. Er fuhr ehrenamtlich einen Schulbus, reiste viel mit seiner Frau, vor allem in die europäischen Nachbarländer und am liebsten in die Nähe des Wassers. Dänemark. Dänemark. Das dürfte... Norwegen, ne? Ach, nee, Norwegen ist das nicht. Das ist... Weiß ich nicht. Das ist auch Dänemark. Das könnte Dänemark bei der Höhle sein. Einmal ins Nordkap. Mein größter Wunsch war das. Wir wollten eine Schiffsreise machen und das geht nicht mehr. Wir hatten da immer von geträumt, wenn wir in Rente sind, dann gehen wir auf Reise. Dann soll es auch nicht auf acht Tage, 14 Tage, dann kannst ruhig mehr. Dann richtig schön, alles ausgiebig. Aber hat man jetzt nicht mehr, ne? Wir haben mein ganzes Leben kaputt gemacht. Ich bin zwar schon alt, aber ich hatte noch viel vor. Und das geht alles nicht mehr. Hallo, Bibi. Hallo, Papa. Na? Volker Bertrams Tochter Bianca wohnt in der Nähe. Sie war schnell vor Ort, als ihr Vater im Februar 2015 in die Klinik eingeliefert wurde. Dort versetzten die Ärzte den Patienten für sechs Wochen ins künstliche Koma. Schon nach wenigen Tagen bildeten sich vom Liegen Flecken auf der Haut. Doch die Familie bekam davon zu diesem Zeitpunkt nichts mit. Guck mal, du bist ja am 2.2. eingeliefert worden, ne? Ja. Und am 7.2. War da so aus. Haben sie das entdeckt, dass du da schon was hast? Ja. Also schon ein richtiges Loch? Ne, es war nur so eine kleine Art Druckstelle. Von der sie aber nichts erfahren haben? Nein. Nichts. So. Und dann fast eine Woche später sah es schon so aus. Und auf der anderen Seite bekommst du auch schon was. Ja, guck mal. Das war, glaube ich, an dem Tag, wo du dann entlassen worden bist. Aber auch, wie schnell das gewachsen ist. Die Familie hatte damals keine Ahnung, dass gerade Patienten, die sich wenig bewegen können, regelmäßig umgelagert werden müssen. Zu den Besuchszeiten war ich immer da. Und der hat immer auf den Rücken gelegen. Immer. Ich habe ihn nicht einmal auf der Seite liegen sehen. Immer auf dem Rücken. Und ja. Auch einmal sauerhaft. Als Volker Bertram wieder bei Bewusstsein war, hatte er fürchterliche Schmerzen. Erst jetzt zeigte sich das ganze Ausmaß des Dekubitus. Höllisch war das. Vor allem, wenn ich gesessen habe. Und hinten am Stuhl. Das war ja meistens das ganze Teil hier oben. Am Hintern oben. Und beim Stuhl ansehen. Oh, das ging gar nicht. Und dann, sie bleiben da sitzen, bis wir sie holen. Ich kann nicht mehr sitzen. Stellen Sie sich nicht so an. Und das hat wehgetan. Ich bin kein Mensch, der darüber klagt, dass ihm irgendwas wehtut oder was. Oder doll wehtut. Interessiert mich gar nicht. Aber das ging einfach nicht. Das Druckgeschwür am Gesäß war mittlerweile zu einem Dekubitus der vierten und höchsten Kategorie fortgeschritten. Dabei liegen Knochen, Sehnen oder Muskeln frei. In diesem Zustand wurde der Rentner in eine Reha-Klinik überwiesen. Ich dachte, die Krankenschwester, die fällt um, wo sie das gesehen hat. Und dann nimmt der Chirurg, der Wetter, wissen Sie eigentlich auch, dass Sie an sowas schwerben können? Sag ich, nö. Ich weiß doch gar nicht, was da hinten los ist. Und dann haben sie einen Spiegel geholt, haben mir das dann gezeigt. Ich war seltserstaunt. Ist Volker Bertram nur eine tragische Ausnahme? An der Wilhelm-Löhe-Hochschule in Fürth treffen wir die Pflegewissenschaftlerin Christine Fiedler. Sie erstellt Pflegegutachten bei Rechtsstreitigkeiten im Auftrag von Gerichten. Oft geht es darin um Pflegefehler. Die meisten Pflegefähler, die ich bearbeitet habe, sind tatsächlich Patienten mit einem Dekubitus nach einer klinischen Behandlung. An zweiter Stelle sind die Stürze, die Patienten erleiden. Es gibt aber weitaus mehr Pflegefehler, die nicht offensichtlich sind, die sozusagen im Stillen und im Schweigen verlaufen. Erst dann, wenn es offensichtlich wird, kann es letztendlich auch als Pflegefehler definiert werden. So ist es unter Umständen auch, um Pflegefehler zu wenig Zubindung zu geben. Nur wie möchten Sie das messen und wie kann man das letztendlich auch feststellen? Wie vermeide ich einen Dekubitus? Die Standards zur Vorbeugung lernen die Studierenden bereits im Grundstudium. Doch in der Praxis sieht es oft anders aus. Das Thema ist Dekubitus. Ich glaube, jeder von euch hat in der Krankenpflegeschule von Dekubitus gehört. Also ich würde immer empfehlen, aus der fachlichen Sicht höher gehen. 1,5, 1,6, 1,0. Wissen Sie, was ich meine? Und dann haben Sie mit dem Dekubitus... Bei manchen Stationen sind 15 Aufnahmen pro Tag keine Seltenheit. Also wo auch dieser ganze administrative Aufwand ja noch dazu kommt, ist es manchmal schwer bis kaum möglich, tatsächlich die Prophylaxen so durchzuführen, wie es wünschenswert wäre. Pflegekräfte versorgen jetzt in weniger Zeit mehr Patienten. Das heißt natürlich letztendlich auch, dass die Zeit des Kennenlernens viel engmaschiger ist. Die große Herausforderung im Moment ist, festzustellen, welcher Patient benötigt tatsächlich welche Pflege. Volker Bertrams Sohn Kai besucht seine Eltern regelmäßig, da sie für vieles jetzt seine Unterstützung brauchen. Oh, die ist aber ganz schön schwer, ne? Ja, es hat sich dahingehend verändert, dass die hier zu Hause so gut wie nichts mehr machen können. Für alle möglichen Sachen brauchen sie Hilfe. Mein Vater hat viele Arbeiten übernommen, was eben halt so das Alltägliche anging. Das funktioniert eben halt nicht mehr, ne? Als der Vater in der Klinik lag, übernahm die Familie oft die Arbeit der Pflegekräfte. Wir haben ihn rasiert, wir haben ihn gewaschen, die Haare geschnitten. Nachdem die Pfleger das Bett gewechselt hatten, wurde er von uns gereinigt, weil den Pflegern einfach die Zeit dazu fehlte. Die fehlte denen einfach. Die haben das Bett sauber gemacht da und dann sind die auch gegangen. Oder die haben auch teilweise mein Vater, wie er wieder zu Bewusstsein kam, wurde er für den Fauxpas, wenn er mal ins Bett gemacht hat, wurde er dann wirklich richtig, richtig angemeckert dafür. Der wurde wirklich verbal angegangen. Erst nach der Verlegung in eine andere Klinik wurde der Dekubitus chirurgisch behandelt. Immer wieder musste abgestorbenes Gewebe herausgeschnitten werden. Am Ende waren es 31 Operationen unter Vollnarkose. Also, wir reden von so einer großen, offenen Wunde. Jeder sieht, sieht aus wie ein Hai-Biss, ne? Also, bis aufs Steißbein runter, ja, finde ich schon enorm. Ich meine, hier kann man auch sehen, wie groß das ist. Das ist schon, das ist Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Über zehn Monate verbrachte Volker Bertram im Krankenhaus und in der Reha. Fast hätte er die Tortur nicht überlebt. Wann soll man doch sagen? Ja, da können wir jetzt mal Pause machen. Heute hat er Pflegegrad zwei und gilt als schwerbehindert. Aufgrund der, ich sag mal, Behinderung, wollen wir vielleicht nochmal irgendwie hier in Hameln irgendwas unternehmen. Eine Dampferfahrt oder sowas. Irgendwie sowas in der Richtung, was auch nicht ganz so stressig ist, was nicht ganz so weit weg ist. Und da willst du noch ein bisschen was haben, woran sie sich ja freuen können. Mehr ist da nicht drin. Reisen oder so, das funktioniert nicht mehr. Auch wenn es Volker Bertram besonders schlimm getroffen hat. Dekubitus ist ein Pflegefehler, der in Heimen und Krankenhäusern immer wieder vorkommt. Zurück auf Station 2b in Bietigheim. Das Umlagern von bettlägerigen Patienten, die Dekubitus gefährdet sind, nimmt viel Zeit und Personal in Anspruch. Wir versuchen, diese Patienten so schnell wie möglich aus dem Bett rauszubekommen, sofern nicht medizinisch-therapeutisch irgendwas dagegen spricht. Ansonsten lagern, wo es geht. Nicht bei allen Patienten schafft man nicht immer zeitgerecht, die von einer Seite zur anderen zu legen, beziehungsweise weichzulagern, freizulagern. Dann ist dann wirklich manchmal eine Rennerei von einem Zimmer zum anderen. Immer mit dem Gedanken, was ist jetzt gerade momentan akut das Wichtigste. Oh Gott. Sie warten noch, wie es weitergeht. Nein, meine Frau hat mit der Frau Doktor gesprochen und die hat gesagt, was hat sie gesagt? Ich darf morgen heim. Ich darf morgen heim. Schön. Ja, das ist sehr schön. Wie schlimm es seit Jahren um den Pflegenotstand bei uns bestellt ist, hat auch die Öffentlichkeit erreicht. Die Politik hat reagiert. Seit Anfang 2019 gilt das sogenannte Pflegepersonalstärkungsgesetz. Hier die zwei wichtigsten Regelungen. Erstens. Jede neu eingestellte Pflegekraft wird vollständig finanziert. Ab 2020 dann aus einem zusätzlichen Pflegebudget der Krankenkassen. Zweitens. Feste Untergrenzen. Krankenhäuser müssen eine Mindestanzahl an Pflegekräften einhalten. Und zwar auf vier Stationen. Der Intensivmedizin, der Geriatrie, der Kardiologie und der Unfallchirurgie. Hat Pflegefachkraft Ursula Verbesserungen auf ihrer unfallchirurgischen Station feststellen können? Jetzt muss am Tag hier mindestens eine Pflegefachkraft für zehn Patienten anwesend sein. Nachts sieht die Regelung eine Fachkraft für 20 Patienten vor. Als Untergrenze. Von unserer Stellenbesetzung her ist es so gerechnet, dass wir wirklich gerade diese untere Personalgrenze besetzen können. Und dann wird einer oder zwei krank oder es kann auch mal sein, dass der Nachtdienst abends um fünf anruft, weil mit dem Kind was ist oder weil man selber plötzlicherweise krank ist. Und das ist dann natürlich ein Riesenproblem. Wir brauchen mehr Personal auf den Stationen. Und zwar nicht nur Hilfskräfte, weil ich muss die auch möglicherweise in Ruhe einarbeiten können. Und das kann ich nicht, wenn ich so eine Mindestbesetzung habe. Das wäre eigentlich meiner Ansicht nach Besetzung von etwa eins zu acht, eins zu sieben notwendig. Doch das wäre rund ein Drittel mehr Personal. Das Krankenhaus Bietigheim gehört zum größten Klinikverbund in Baden-Württemberg. Den RKH-Kliniken mit Hauptsitz in Ludwigsburg. Geschäftsführer Prof. Jörg Martin hat trotz Skepsis in der Klinikgruppe den Dreharbeiten zugestimmt. Wie sieht er die neuen Regelungen? Es ist sicherlich ein populär gut ankommendes Gesetz, um das mal politisch korrekt auszudrücken. Weil jeder glaubt, jetzt gibt es mehr Pflege. Es war ja sicherlich auch Zweck, dass es erst mal gut klingt. Nur die Realität sieht einfach völlig anders aus. Unser größtes Problem, die größte Herausforderung ist das Personal in Zukunft. Wo bekommen wir qualifiziertes Personal her? Da kämpfen alle Kliniken drum in Deutschland und das wird immer, immer schwerer. In den RKH-Kliniken kann der Geschäftsführer schon jetzt von den rund 1600 Planstellen in der Pflege im Schnitt 54 nicht besetzen. Ähnlich sieht es in vielen Krankenhäusern aus. Wir werden nicht drumherum kommen, auch Betten schließen zu müssen mit den deutlichen Risiken, gerade Intensivstationen, Notfall können nicht aufnehmen, Personaluntergrenzen verletzt. Notfall muss in die nächste Klinik gefahren werden. Das sind die Dinge, die man dann aber auch gesellschaftlich akzeptieren muss. Unangenehme Folgen für uns alle. Wir treffen Nadja Schmidt. Sie ist Pflegefachkraft und im Betriebsrat der Klinik in Ludwigsburg. Immer wieder ist sie auf den Stationen unterwegs. Von ihr wollen wir wissen, wie sich die neuen Regelungen auf die Mitarbeiter auswirken. Was wir hier beobachten, dass es nicht die Mindestbesetzung die Untergrenze ist, sondern dass das die neue Regelbesetzung ist, diese Zahlen. Man schaut nur noch, diese Zahlen irgendwie zu erreichen. Auch mit allem, was irgendwie sich examiniert nennen kann, frisch examinierte Schülereinerkennungspraktikanten. Ob die jetzt wirklich fit sind auf Station oder nicht, ist egal. Hauptsache, man hat die Zahl irgendwie erreicht. Ja, und es scheint die neue Regelbesetzung zu sein. Und das ist definitiv zu schlecht. Um einen aktuellen Eindruck vor Ort zu bekommen, besuchen wir mit Klinikleiter und Betriebsrätin die Unfallchirurgiestation in Ludwigsburg. Die Pflegerinnen Monika und Nadine betreuen heute in der Frühschicht 21 Patienten. Einige von ihnen schwer pflegebedürftig. Hallo. Oh, guten Morgen. Morgen. Es ist schon eine ziemlich eingespernte Situation oft. Jetzt ist uns auch noch unsere Sekretärin leider ausgefallen für Wochen, weil die sich was gebrochen hat. Jetzt müssen wir auch noch den ganzen Schreibkram auch noch mit übernehmen. Und was ich auch sagen muss, durch die hohe Arbeitsbelastung und durch den Stress, den man hier oft hat, ist der Ton leider auch etwas härter geworden. Auch unter den Kolleginnen. Monika, wie viele Patienten betreust du heute in der Schicht? Zehn, elf. Elf ist höchste eigentlich, ja. Zehn. Und heute geht's eigentlich. Wir sind heute früh so besetzt, wie es sein sollte. Also ich würde mir wünschen, vielleicht höchstens sechs Patienten, sieben Patienten. Das ist aber das Höchste der Gefühle. Also wenn ich sehe, dass ich jetzt im Moment solche Patienten, wie ich jetzt zu betreuen habe, heute früh, bräuchte ich einfach mehr Zeit. Okay. Und wenn du eins zu elf betreust, was geht dann nicht am Patienten? Da geht zum Beispiel, werden die Patienten nicht immer gewaschen. Das ist einfach nicht möglich, weil die medizinische Versorgung, sprich Antibiotika oder Infusionen, das steht dann einfach im Vordergrund. Dann geht die Körperpflege, wird immer weniger. Keine Zeit für Körperhygiene in einem Krankenhaus. Die vielen alten Patienten aber benötigen Hilfe in fast allen Belangen des täglichen Lebens. Im Krankenhaus Biedigheim kann sich Willi Urban vor Schmerzen im Rücken kaum bewegen. Beata hilft ihm ins Bad. So, jetzt. Haben Sie so Rollator daheim? Nein. Nicht? Dann müssen wir vielleicht einen bestellen, ha? Wie wäre es damit? Meister, ja. Wohl. Ho, 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 ho. Na. Au. Feste, fest. Na. Dann kriegen wir auf einmal die Knie her. Ja, das habe ich gemerkt. Na, was war das da? Ich weiß nicht. Aha, okay. Wahrscheinlich deswegen sind Sie auch gestützt, ha? Das kann auch sein, ja. Ja. Ich mache den Stuhl fest, gell, dass Sie nicht wegrollen. Herr Urban, Sie melden sich, gell? Ich bin jetzt aus dem Zimmer raus, okay. Also eigentlich, der Patient ist gedacht zu mobilisieren und laufen. Jetzt ist ihm natürlich ein bisschen schwachischer geworden, die Knie. Dann muss man halt helfen. In dem Moment darf man sich auch nicht verlassen, dass der Patient alleine dann in Bad geht oder auf die Toilette. Hallo. So. Wie geht's? Ich war gerade auf dem Kopf. Wie ist das mit Waschen? So ist es. Willi Urban ist gestürzt. Der Zimmernachbar hat den Alarmknopf gedrückt. Alle eilen zur Hilfe. Alltag auf Station. Er kann das irgendwie nicht verstehen, dass er das nicht alleine machen kann. Und wir können nicht bei dem Patienten von morgens bis abends am Bett stehen und schauen, ob der jetzt ruhig und schön brav im Bett bleibt oder nicht. Und da passieren immer wieder solche Sachen, dass Patienten aufstehen und stürzen. Genau, wir sind zu zwei, sie brauchen keine Strecken. Jawohl, schöne Strecken. Okay, jetzt drehen. So, aber dann haben sie nicht weit zum Laufen, ne? Nee. Ja. Na, Sachen gibt's. Genau. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Ja, das möchte ich. Vor 30, 40 Jahren, wenn ein Patient über 90 war, das war seltenheitswert. Jetzt ist fast durchgängig immer einer da oder auch mehrere, wir hatten schon fünf oder sechs gleichzeitig, nur hier auf unserer Station mit 25 Betten. Entsprechend sind die natürlich halt auch kränker. Und eben entsprechend auch hilfebedürftiger. Die Patientinnen in diesem Zimmer sind demenzkrank. So, ich hab auch noch ihre Tabletten. Können Sie noch mal einen Schluck trinken? Auch das ist immer häufiger Realität auf Station. Wollen Sie lieber noch ein Stückchen mit Marmelade drauf? Okay, mach ich noch mal ab. Das fällt sonst runter. Die Zeit muss man sich nehmen, also auch wenn das jetzt aufwendig ist, aber sie muss ja essen können. Und entsprechend braucht man einfach die Zeit. Das dauert dann so etwa bis zu eine halbe Stunde, bis sie das halbe Brot vielleicht gegessen hat. Ihr Nachbarin schläft schon wieder. Ihre Nachbarin schläft schon wieder. Was würden Sie sich wünschen, was würde helfen? Dass man wirklich einfach mehr Zeit für sowas hat. Weil alles, was ich jetzt hier stehe und derzeit nicht machen kann, müssen meine Kollegen natürlich abtragen. Oder ich muss Sachen nach hinten verschieben. Fast 19,5 Millionen Menschen wurden 2017 in Deutschland im Krankenhaus behandelt. Davon waren 49,85 Prozent, also fast die Hälfte, über 65 Jahre alt. Und von diesen wiederum leiden nach einer aktuellen Umfrage in Bayern und Baden-Württemberg 40 Prozent an kognitiven Störungen oder Demenzen. Das sind rund 3,8 Millionen Patienten. In Zukunft werden es noch mehr sein. Wir sind chronisch überbelastet. Also wir haben auch schon Überlastungsanzeigen geschrieben. Einfach aus dem Grunde, weil wir uns ja selber schützen müssen, wenn einem Patienten aus dieser Überlastungssituation aus was passiert, dass wir rechtzeitig gemeldet haben, mit dem Hinweis, dass wieder für Abhilfe zu sorgen. ist. Weil Patient steht halt nun mal einfach im Mittelpunkt und seine Sicherheit. Es ist am Limit, wirklich manchmal echt über die Grenzen. Was passiert mit Belastungsanzeigen wie der von Ursula? Sie landen bei Nadja Schmidt auf dem Schreibtisch. 500 sind es im Jahr. Die Betriebsrätin kommt kaum hinterher. Das wiederholt sich eigentlich immer wieder. Das, was am allermeisten beschrieben wird, sind tatsächlich die Lagerungen. Dann aber auch das Anreichen von Essen und Trinken. Das ist also vor allem auch das Trinken, was dann nicht gemacht wird. Dann verspätete Medikamentengabe. Hygienemängel werden immer wieder beschrieben. Die Mitarbeiter haben keine Pause gemacht, oder holt sich ja nochmal. Dann Anleitung von Schülern hat nicht stattgefunden. Länger geblieben, Doppelschicht gemacht. Diese Gefährdungsanzeigen, die werden in allen Häusern gestellt, mit Sicherheit. Auch von der Anzahl her. Auch die Dinge, die hier genannt werden, passieren in allen Häusern. Da sind wir nur eines unter vielem. Der Arbeitgeber ist in der Pflicht, hier Abhilfe zu schaffen. Das passiert leider nicht wirklich. Also Gefährdungsanzeigen in dieser Masse werden eigentlich nur noch vom Betriebsrat wirklich ordentlich bearbeitet. Und auch wir kommen nicht hinterher, nach jeder Anzeige dann auch wirklich auf Station zu gehen und mit den Mitarbeitern zu sprechen, was wir gerne tun würden. Aber wir versuchen es wenigstens punktuell und wir versuchen es wenigstens zu sammeln. Dass man auch wirklich sagen kann, in dem Bereich gab es so und so viele, dass man schauen kann, wo ist besonderer Handlungsbedarf. Nadja, wird es nochmal kurz kommen? Ja. Ich will mich dir eine zeigen. So, da haben wir jetzt die Kinderintensiv. Die Roten halt über 75 Stunden im Plus. Spitzenreiterin ist hier 417 Stunden. Das ist ja Wahnsinn. Das sind ja alle über 200 Überstunden. Also was haben wir hier noch im grünen Bereich? Eine Handvoll. Das sind die Schüler. Überstunden, die sich ansammeln. Belastungsanzeigen, die folgenlos bleiben. Ist das so, weil Pflege der Krankenhausbilanz kaum Geld bringt? Man kann an Pflegekräften ganz gut sparen, vergleichsweise jetzt zu Ärzten. Ärzte bringen die Leistung, in Anführungsstrichen, also machen die OPs, die man abrechnen kann. Für Pflegekräfte, ob der Patient rechtzeitig auf Toilette war oder gut mobilisiert wurde, das ist nicht messbar, das ist nicht so einfach messbar. Das macht einen Unterschied in der Menschenwürde, aber nicht in der Finanzierung. Das macht auch einen Unterschied in der Genesung, natürlich. Sicher, ja. Aber man merkt es halt nicht so, man kann es nicht so abrechnen. Und deswegen haben wir da in allen Krankenhäusern, die ich kenne, das Problem, es ist nicht so, dass du Dixburg und Bietigheim jetzt hier ein besonders schlechtes Bild abgeben würde. Weniger Überstunden würden zu motivierten, ausgeruhten Pflegekräften auf Station führen. Und zu weniger Fehlern? Unterwegs nach Frankfurt. Als Familie Bertram das Ausmaß des Pflegefehlers bei ihrem Vater bewusst wurde, ergriff der Sohn die Initiative und beauftragte eine Anwältin, die auf Patientenrecht spezialisiert ist. Das Leben hat sich komplett verändert. Während mein Vater in Behandlung war, waren wir auf der Suche nach einer Wohnung, einer neuen Wohnung, die barrierefrei ist. Weil keiner von uns genau wusste, wie er wirklich nach Hause kommt, ob er beweglich ist, auf den Rollstuhl angewiesen ist oder sonst irgendwas. Also das war für alle schon katastrophal, möchte ich fast sagen. Wirklich katastrophal, was da auf einen so einprasselt. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Herzlich willkommen. Heute trifft sich die Familie zu einem Abschlussgespräch mit der Anwältin Michaela Bürkle. Wie geht's Ihnen denn inzwischen? So weit, ganz gut. Ja? Ja, bis eben auf nicht so beweglich und... Die Mobilität, das ist halt nicht so schwer. Ja. Ich hatte ja nur Glück, das ist ein Chirurg vom Grön-Rieden-Schiff. Wir haben die erstmals angeschrieben im November 2016 oder 2017. Herr Bertram, ich will Ihnen gerne auch nochmal erklären, wie wir das juristisch umsetzen konnten, Ihren Schadenersatz. Das lege ich Ihnen hier mal vor. Können Sie mal schauen. Also da sind eindeutig die pflegerischen Versäumnisse, Dekubitus-Dokumentation nicht ordnungsgemäß, Lagerungsintervalle sehr lang, Zeitpunkt der Dekubitus-Entstehung unbekannt, erhebliche Dokumentationsmenge. Was nicht dokumentiert ist, ist juristisch nicht vorhanden. Gerade im Fall von Herrn Bertram, der ja anfänglich sediert war, ich glaube sogar über mehrere Wochen, wäre eine sorgfältige Lagerung und jeweiliges Wenden, Umlagern erforderlich gewesen, um die schweren Hautschäden, die er dann am Steißbein erlitten hat, zu vermeiden. Dieser Pflegefehler war offensichtlich. Doch oft sind sie schwer nachzuweisen. Der medizinische Dienst der Krankenkassen geht von einer hohen Dunkelziffer aus. Der Patient hat ja nur seinen Körper und seinen Schaden und seine eigenen Beobachtungen als Beweismittel. Seine eigenen Beobachtungen sind im Gegensatz zu den pflegerischen Maßnahmen nirgends dokumentiert, außer vielleicht in einem Gedächtnisprotokoll. Er ist also darauf angewiesen, aus der Dokumentation, aus der pflegerischen Dokumentation heraus zu beweisen, dass es zu einer Unterschreitung der Expertenstandards gekommen ist. Das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen. In diesem Krankenhaus, dem Sana-Klinikum in Hameln, es ist das einzige in der Stadt, holte sich Volker Bertram den schweren Dekubitus. Was sagt die Klinik dazu? Sie wollte trotz mehrmaliger Anfrage keine Stellungnahme abgeben. Als die Rechtsanwältin sich allerdings beim Klinikum meldete und ein Gutachten schickte, ging es schnell. Das Krankenhaus zahlte zügig Schadensersatz. Ohne teure Gerichtsverhandlung. Den Schaden, den mein Vater zurückbehalten hat, der ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Ja, was soll ich dazu sagen? Mein Ziel war auch für den Rest des Lebens meines Vaters, dass er da wirklich auch abgesichert ist und dass er da gut leben kann. Das war eigentlich das ganze Ziel. Herr Bertram, auf Wiedersehen, wenn Sie gut schreiben. Danke schön. Alles Gute. Danke schön. Bitte sehr. Und Leute, grüß Gott, danke schön. Vielen, vielen Dank. Ich darf einmal, ja? Pflegefehler wie bei Volker Bertram dürfen nicht passieren. Doch was muss sich ändern? Kann Pflege unter den gegebenen Rahmenbedingungen überhaupt angemessen stattfinden? Hallo zusammen. Die Recherchen führen uns zu dem kleinen Krankenhaus Oeschelbronn in der Nähe von Pforzheim. Die Akutklinik mit anthroposophischem Ansatz ist auf Schmerztherapie und Onkologie spezialisiert. Und macht vieles anders. Gibt's keine Klinik? 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 Ja, guter Klinik? Ja, guter Klinik. Ja, guter Klinik. Ja, guter Klinik. Ja, guter Klinik. Maria Wert ist die Geschäftsführerin in Oeschelbronn. Gute Pflege ist möglich. Das ist ihre Grundhaltung. Wenn man die Struktur der Krankenhäuser anschaut, stellt man fest, dass 70 Prozent der Patienten elektive Patienten sind. Das heißt also, das sind die Patienten, die einbestellt worden sind, die planbaren Patienten. Und ich denke, bei diesen Patienten ist Optimierung machbar, setzt natürlich also in erster Linie Umdenken bei allen Beteiligten voraus. Wie funktioniert das hier? Wir treffen Maike Jocher auf Station. Sie arbeitet seit 17 Jahren als examinierte Pflegefachkraft im Haus. Sie darf sich auf rein pflegerische Tätigkeiten konzentrieren. Alles andere, wie Essen bringen, übernehmen Kollegen wie Servicemitarbeiterin Maria DiRosa. Maike ist dafür zuständig, den Patienten beim Essen selbst zu helfen. So ist sie sicher, dass die Menschen auch genügend Nahrung und Flüssigkeit zu sich nehmen und sich nicht verschlucken. Herr Ziegler, bei drei. Ein, zwei, drei. Dadurch, dass ich Sachen abgeben kann, habe ich mehr Ruhe bei den pflegerischen Tätigkeiten. Und andersrum muss ich sagen, wenn ich einen vollen Tagesablauf habe und muss mich ums Essen kümmern, dann ist das meistens nicht der wichtigste Punkt, weil meine Priorität woanders liegt. Wunderbar. Gut, ich komme dann wieder, Herr Ziegler. Gut. Strukturierte Tagesabläufe sind Teil des Zeitsparprogramms. Hallo Frau Seiberl, das ist Ihr Therapieplan. Das ist echt schön, dass eigentlich alles geklappt hat, was ich mit der Ärztin besprochen habe, dann eben beim Aufnahmegespräch. Sie haben auf dem Therapieplan jeden Tag mit Uhrzeit den Therapeuten drauf, was für Therapien er macht. Mir bringt es, dass ich weiß, da ist jetzt Therapie, ich weiß, da ist jemand drin, kümmert sich um den Menschen, in dem Moment muss ich vielleicht auch nicht nach ihm schauen. Ich weiß, wann ich Zeit habe für die Körperpflege, wann jemand anders reinkommt und stört und dann kann ich die in Ruhe machen, ohne dass die Tür fünfmal aufgeht und ich habe einen Patienten, der wesentlich entspannter ist. Also dann bis später. Dann weiß ich, was los ist. Danke. Tschüss. Tschüss. Der Therapieplan gilt verbindlich für alle, Pflegekräfte, Therapeuten und Ärzte. Hallo Frau Seiberl, willkommen zur Visite. Machen wir ein bisschen Platz. Bei der Visite gibt Oberarzt Maik Schröder alle Informationen in den Laptop ein. Die digitale Kurve, also das Patientenblatt in elektronischer Form, hat die Klinik als eine der ersten in Deutschland vor zehn Jahren eingeführt. Auch das spart Maike Zeit und Nerven. Bei der Visite ist es so, der Arzt ist draußen unterwegs, mal sind wir dabei, mal nicht. Ich kann parallel aber schon auch hier die Medikamente, die Änderungen sehen, umsetzen. Ich muss nicht suchen, das ist wirklich, ich muss nicht suchen nach einer Kurve. Man streitet sich nicht, wer sie jetzt gerade am dringendsten braucht. Ich kann alles lesen, auch das muss man einfach so sagen, sonst war das manchmal von der Handschrift doch auch schwierig und es ist eindeutiger wie mit Papier. Also von dem her habe ich da doch eine deutliche Zeitersparnis. Neben den täglichen Sitzungen auf Station treffen sich einmal wöchentlich alle medizinischen Mitarbeiter und tauschen sich über die Patienten aus. Auf Augenhöhe. Jedenfalls ist das rechte Bein sehr schlaff, was er auch nicht eigenständig heben kann. Die Wertschätzung zeigt Wirkung und die gute Versorgung spricht sich in der Region herum. Das Haus ist beliebt bei Patienten und Pflegekräften. Es ist also möglich, wirtschaftlich zu sein und gut zu pflegen? Das ist tatsächlich ein Spagat, aber das ist kein Widerspruch. Also ich denke, Wirtschaftlichkeit und gute Pflege, gute Medizin sind vereinbar. Die Patienten kommen zu uns, weil sie unsere Medizin, unsere Pflege und unsere Therapie sehr schätzen. Das führt also dann dazu, dass das Haus fast kontinuierlich belegt ist. Also wir haben sogar Wartezeiten und diese hohe Auslastung führt letztendlich dazu, dass die Einnahmeseite stimmig ist und bei der Kostenseite effiziente Strukturen und effiziente Abläufe. Vermeidung von unnötigen Kosten. Das ist das Konzept. Die Klinik Oeschelbronn ist zwar ein kleines, spezialisiertes Haus. Dennoch, das Grundkonzept lässt sich durchaus auch anderswo anwenden, weil ein Großteil der Patienten planbar ist. Gute Arbeitsbedingungen wiederum sorgen für ausreichend Pflegepersonal. Vakanzen gibt es in Oeschelbronn kaum. Eine Reise ans Nordkap kann Volker Bertram nicht mehr unternehmen. Die Weser vor der Haustür muss reichen. Also echt angenehmes Wetter heute, ne? Volker Bertram ist dankbar, dass er die Folgen des Pflegefehlers überlebt hat und genießt diesen besonderen Moment. Auf dem Schiff, das ist schon ein Keywert. Für mich ist alles wasserschön. Es tut der See so gut. Jeder von uns könnte an Volker Bertrams Stelle sein. Solange Politik und Wirtschaft die Arbeitsbedingungen für Pflegefachkräfte nicht verbessern, werden sich junge Menschen kaum für diesen Beruf entscheiden. So lange leben wir alle mit dem Risiko, eines Tages im Krankenhaus zu liegen, gebrechlich, pflegebedürftig und nachher kränker als zuvor. Ich habe hier schon gefangen, aber es tut der See so gut. Jeeuủ